Was handelt sich um einen 79-jährigen Patienten, der sich vor einem guten halben Jahr beim Niedergelassenen vorstellte wegen Stuhlunregelmäßigkeiten und Gewichtsabnahme. In der Abklärung wurde unter anderem ein Barrett-Oesophagus, Prag-Klassifikation C1M4, festgestellt mit einem damals auffälligen Areal, das auch biopsiert wurde. Es zeigten sich Dysplasien, aber kein Karzinom. Komplizierend kommt da allerdings hinzu, dass auch noch ein Hauptgang IPMN erst diagnostiziert wurde, die jetzt nun zuerst weiter abgeklärt wurde. Der Patient wurde nach Wippel operiert und histologisch ergab sich tatsächlich eine IPMN mit High-Grade-Dysplasien. Für den Barrett-Oesophagus wurde zunächst eine Kontrolle vereinbart und da die Rekonvaleszenz sich etwas hinzog, stellte er sich nun jetzt erst wieder vor zur Begutachtung und in der ÖGD im Oktober stellte sich dann ein Barrett-Oesophagus C1M4 weiterhin dar. Und man fand lokal das Bild, was Sie auf der rechten Seite sehen, und Verdacht auf ein vokales Frühkarzinom. Diesem Fall annehmen werden sich nun Professor Oyama und Professor Messmann in Raum 8. Viel Spaß dabei. Wenn man solche Regionen sieht, die Kanzler ist mehr freundlich auf der rechten Seite, also muss man sich auf der rechten Seite fokussieren. Und jetzt kann man hier sehen, ein bisschen depressedes Regionen, man kann man sehen, einen brownischen Bereich, und es ist partially verletzt mit Mucus. Und jetzt kann man sich auf der Neofocus auf die Fokussieren, und hier sehen, eine sehr irregulare Fokussieren. Und hier sehen, eine sehr irregulare Fokussieren. Und dann sehen wir an den Anerkennung. Ich habe diese Regionen als Cancer genutzt. Based auf diese irregulare Fokussieren. Und hier sehen, das ist die Demallocation. Ich habe diese Regionen als Adenokalicinoma, T1AM, G1-Diagnose. Das ist eine gute Indikation für die EMR oder ESD. Und das Problem ist die Synchronische Regionen. Ich habe die andere Regionen. Und in dieser Partie, die Surface Pattern ist regular. Ich habe nur die Atrophäische Regionen. Auf der anderen Seite, in der Lower Seite, hier, ein bisschen irregulare Fokussieren. Sie sehen hier, in der Center Partie, auf der Right Seite. Und hier sehen Sie die Regular Partie, hier. Ich habe diese Regionen, die Lower Area, vielleicht eine Dysprache. So, Low Grade oder High Grade Dysprache. So, ich versuche diese Regionen mit der ESD-Technik. Und kann ich hier helfen? Und ich werde die Marken unter den Warten. Meine Diagnose ist Adenokalicinoma und Dysprache. Und die Borde ist hier. So, ich hoffe, dass ich mit 6 O'Clocken, bitte. Das ist Adenokalicinoma und Dysprache. Das ist Adenokalicinoma und Dysprache. Das ist Adenokalicinoma. Das ist Adenokalicinoma. Das ist Adenokalicinoma. Ich habe die Kansel-Extendung unter den Neoplastikinoma. Das ist Adenokalicinoma. Jetzt habe ich die Marken auf der Region. Das ist die Kansel-Side. Und ich habe bereits die Kansel-Extendung auf der Rheide. Jetzt werde ich euch das B´Cosal-Extendungsmaterial. Entschuldigung, die Kansel-Seite und Dysprache. Dann wird die Kansel-Extendung ... und Start! Und die Bauchstin, die Kansel-Extendung. Ihr Zuttegel-Extendung und petet es. Deswegen können wir die Kansel-Extendung hier. Jetzt haben wir die Kansel-Extendung. Und dann habe ich es hier geschlossen. Jetzt habe ich die circumferenzial incision. Der nächste Schritt ist die DIPA-Cut. Jetzt habe ich die Proximal-Site von der Proximal-Site. Das ist der Ende des Dissektions. Der Rest ist vielleicht weniger als 1 cm. Jetzt habe ich die Klip-Line-Technik, damit ich eine sehr gute Traction habe. Und wenn man solche Vane sieht, man besser mit einer Ligen Power coagulieren. Jetzt habe ich mit einer Ligen Power coagulieren. Nachdem Sie die Ligen Power erhöhen und dann cutt es. Dann kann man es ohne Bleidung werden. Das ist der Rest. Das war der DIPA-Cut. Das ist der DIPA-Cut. Das ist der DIPA-Cut. Das ist der DIPA-Cut. Der DIPA-Cut. Und dann wurde es untertitelt. Thank you.